Und hallo und ein herzliches Willkommen! Wieso sind wir verletzt? Ähm, keine Ahnung. Ja, wir haben ja nicht. Stimmt ja. Wir haben gar nicht. Wir haben... So, ich muss mal gucken. Achja, noch eine Münze. Dann können wir uns die D4... Ne, die 44 am Berg holen. Hier. Coole Sache. So. Äh, was war denn? Ist das der Flammenwerfer? Ich muss kurz gucken. Ne, den Granaten haben wir schon? Ne. Ne. Natürlich wieder die... Altbekannten... Laks. Okay. Was war das? Ähm, ich höre doch hier ein Wackeldackel bei dem Wackelkopf. Aha. Oh Gott. So, drei Schuss. Ich hoffe, das waren nur unsere Schritte. So, und damit herzlichen Willkommen zurück zu Resident Evil Biohazard. So, in der letzten Folge haben wir ja wie gesagt... Mrs... Geht, können wir hier durch? Ja. Mrs Horror gefunden. Also, Margaret. Ich habe immer noch die Befeuchtung. Weil wir vielleicht ein Kraut mitnehmen sollen. Aber, naja. Naja. Wer braucht das schon? So. So. Na, lauf mal kurz... 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 Ich dachte, ich hätte eben auch schon wieder so Wackeldackel gehört. Oh Gott. Hm. Hier sind komische... Oh Gott. Ich sage noch, wer mir, Margaret, langlaufen sind. Die war so komisch. Die war sehr komisch. Die war sehr komisch. Ihr Kindchen, glaube ich. Die war so komisch. Und, Eason... Kann man den Schnellleiter... Nee, Leiter... Schnell hoch sprinten kann man nicht. Okay. Viel Fläche hatten wir euch denn wieder. Tut kein Sitz ins Spiel. Das ist das überhaupt egal. Okay, er muss wieder nachladen, glaube ich. So. Hier waren wir ja. Ein Schatzfoto. Okay. Zigaretten und eine Toilette. Oh Gott. Von der anderen Seite verschlossen? Gott. Und hier ist doch die Mama. Okay. Vielleicht sollten wir nicht ins Wasser gehen. Aber ich gucke mich hier gern noch ein bisschen... Um, auch wenn ich bezweifle, dass wir das sollten. Nee, da... Was haben wir denn da? So. Starke Schimmel. Oh. Schau mal an, wo wir sind. Hä? Wir haben natürlich den größten Umweg genommen. Okay. Entschuldigung. Aber... Komm schon. Hör auf zu lacken. So. Wir werden jetzt eins machen. Und zwar... Kein Medizin, sondern... Ähm... Was bräuchten wir für... ... 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